Philip Kerr, Metropolis, Bernie Gunther ermittelt, Band 14, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Vorwort Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. Zum Glück, für mich, entschied er sich, seine wunderbaren Romane woanders spielen zu lassen, obwohl er irgendwann eine frivole Kurzgeschichte über die Stadt schrieb. Die Geschichte hat den Titel The Unnatural History Museum. Darüber und über Philips ambivalente Gefühle gegenüber seinem Geburtsort unterhielten wir uns an einem Abend im September 2015. Wir waren gemeinsam zurück nach Edinburgh gefahren, nachdem wir das Krimi-Festival Bloody Scotland in Stirling besucht hatten. Dort hatte mein Bühneninterview mit dem Schöpfer der Kultfigur Bernie Gunther das Abschluss-Event gebildet. Es machte großen Spaß, mit Philip zu plaudern, denn er verstand es, Klatsch und Tratsch mit tieferen Einblicken in politische Themen, zeitgenössische und historische, zu verbinden. Zu der Zeit schrieb er Thriller, die in der Welt des Fußballs spielten, und er erzählte mit fast kindlicher Begeisterung davon, dass die Bücher ihm international neue Fans einbrachten und ihm diese Arbeit einen Blick hinter die Kulissen der bekanntesten Fußballclubs gewährte. Als wir auf seine in Edinburgh angesiedelte Kurzgeschichte zu sprechen kamen, wurde uns beiden klar, dass seine Bernie-Gunter-Bücher ein weiteres Beispiel für ein Unnatural History Museum darstellten. Dokumentieren sie doch den Aufstieg des Faschismus in Deutschland der 1930er Jahre und die langen, oftmals grauenvollen Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs. Philip hatte die Reihe 1989 mit Feuer in Berlin, ein Fall für Bernhard Gunther, begonnen. Ich hatte damals in London gelebt und zwei Jahre zuvor meinen ersten Kriminalroman veröffentlicht, der weder Anerkennung noch Käufer gefunden hatte. Ich versprach mir mehr Glück mit Spionageromanen und spielte mit dem Gedanken, einen High-Tech-Thriller zu schreiben. Egal was, Hauptsache es bewahrte mich davor, weiter hauptberuflich als Zeitschriftenjournalist arbeiten zu müssen. Während ich also schriftstellerisch herumkrebste, ging Philips Erfolg durch die Decke. Seine ersten drei Bernie-Gunter-Bücher wurden nicht nur von der Kritik gefeiert, sondern waren auch eine Offenbarung für mich. Er schrieb ungemein flüssig und selbstsicher und präsentiert dem Leser einen voll ausgereiften Bernie in Geschichten, die detailreich und gründlich recherchiert sind und gleichzeitig einen genialen Plot haben. Der Protagonist ist ein Ermittler à la Chandler und Hammett. Doch sein Schöpfer haucht dem überkommenen literarischen Topos neues Leben ein, indem er als Schauplatz Deutschland vor und im Krieg wählt. Wir waren damals ein kleiner Haufen recht junger, überwiegend in London ansässiger Autoren, die allesamt ihre ersten Gehversuche im Krimi- und Thriller-Genre wagten, und wir trafen uns regelmäßig in Bars in der Umgebung von Soho und Oxford Street, um uns zu betrinken und die Welt zu verbessern. Wir nannten uns Fresh Blood und druckten Flugblätter und Lesezeichen, um auf uns aufmerksam zu machen. Wir wollten den klassischen Kriminalroman spannungsgeladener, radikaler und realer machen. Philip Kerr war ebenso mit von der Partie wie Michael Dibton. Ich hatte beide gelesen und wusste, dass ich wesentlich besser werden musste oder es gleich bleiben lassen sollte. Es wäre sinnlos gewesen, mit dem historischen Hintergrundwissen des einen und dem Stilgefühl des anderen konkurrieren zu wollen. Aber ich machte mich an die Arbeit, entschlossen es wenigstens zu versuchen. Ich glaube kaum, dass ich das damals einem von ihnen erzählt hatte. Doch an jenem Abend, während wir in einem nahezu leeren Hotelrestaurant in Edinburgh beim Abendessen saßen, erwähnte ich es Philip gegenüber, daran erinnere ich mich genau. Nachdem die ersten drei Berni-Gunther-Romane zusammen in einer Sondertaschenbuchausgabe erschienen waren, hatte Philip begonnen, an einem ungewöhnlichen Zukunftsroman Noir, das Wittgenstein-Programm und Hightech-Thrillern zu arbeiten. Später sollten eigenständige Titel wie seine Fußball-Krimis und eine Reihe von Abenteuerbüchern für Kinder folgen. Alles, was er schrieb, war von Erfolg gekrönt. Und doch kehrte er immer wieder zu seiner ersten Schöpfung zurück, zu Berni-Gunther. Wir Leserinnen und Leser sahen zu, wie Berni das Deutschland der Kriegsjahre überlebte, häufig, indem er vor hochrangige Nazis Fälle übernahm. Auch Einblicke in sein Leben nach dem Krieg wurden uns gewährt. Und jetzt, in Metropolis, werden wir tiefer in die Vergangenheit zurückgeführt. Wir schreiben das Jahr 1928. Und Berni ist ein frischgebackener Ermittler bei der Mordinspektion. Ein Serienmörder, der Prostituierte nach vollbrachter Tat skalpiert, treibt in Berlin sein Unwesen. Außerdem hat es ein weiterer Mörder anscheinend auf die kriegsversehrten Veteranen der Stadt abgesehen. Berni-Gunther kann die Finger nicht vom Alkohol lassen, schafft es aber dennoch irgendwie, seinem Beruf nachzugehen. Er bleibt ein angenehmer Erzähler und scharfsinniger Polizist. Nachdem er als Soldat im Ersten Weltkrieg Grauenvolles erlebt hat, ist er fest entschlossen, den Veteranenmörder zu stoppen, während er gleichzeitig alles daran setzt, auch den anderen Täter zu fassen. Das alles spielt in einem wunderbar beschriebenen Berlin mit seinen lasterhaften Nachtlokalen und zügellosen Sitten, wo die Reichen ausschweifend feiern und die Mittellosen auf den Straßen betteln. Die Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil steht kurz vor der Premiere, und Berni genießt einige erbauliche Begegnungen mit der Maskenbildnerin des Stücks. Er führt außerdem ein langes und aufschlussreiches Gespräch mit dem entarteten Künstler George Gross. Eines jener Details, die ich an Philip Kearse Werken so liebe, verrät uns, dass Gross gern in Cowboy-Kleidung durch die Straßen lief. In einer Szene sitzt Berni unfreiwillig Modell für einen anderen berühmten Künstler, Otto Dix, und selbst Fritz Lang taucht auf, wenn auch nur indirekt. Berni lernt dessen Frau kennen, die Autorin und Drehbuchautorin Thea von Harbu. Langs Film M. klingt im Buch immer wieder an, während sein früherer Stummfilm Metropolis, Drehbuch von Thea von Harbu, dem Roman seinen Titel gibt. Doch es ist George Gross, der zu Berni sagt, dass das Berlin von 1928 eine Höllenmetropole sei, und dem lässt sich wohl kaum widersprechen. Der Nationalsozialismus ist auf dem Vormarsch, und Hitlers Name liegt in der Luft, auch wenn Berni den Mann selbst noch nicht zu sehen bekommt. Juden werden zwar noch nicht systematisch vom Staat verfolgt, aber von Teilen der Bevölkerung offen beschimpft, und sie müssen stets auf der Hut sein. Populismus ist allgegenwärtig, so scheint es, und Philip Kerr sorgt dafür, dass Parallelen zur heutigen Zeit nicht zu übersehen sind. Inmitten all dessen steht der Polizist Bernie Gunther, ein unerschütterlicher Überlebenskünstler. Er ist nie ganz apolitisch oder völlig amoralisch. Trotz der grotesken Realität um ihn herum schafft er es, einer jener von Raymond Chandler so geliebten glanzlosen Ritter zu sein. Und wie Chandlers berühmteste Schöpfung Philip Marlowe schüttelt er stets einen trockenen Spruch aus dem Ärmel. Besonders köstlich finde ich seine Bemerkung zu einem Kollegen. Sie sind so eiskalt, dass man auf ihnen Schlittschuh laufen könnte. Philip Kerr zu lesen ist immer ein ganz besonderes Vergnügen, aber diesmal ist die Lektüre auch bittersüß. Als wir an jenem Abend im September 2015 zusammen saßen, ahnte ich nicht, dass er nur noch zweieinhalb Jahre leben würde. Er starb im März 2018 im Alter von 62 Jahren. Wir hatten keine weitere Gelegenheit mehr zu einem gemeinsamen Essen, aber wir blieben in E-Mail-Kontakt. Er sprühte vor Energie und vor Ideen für neue Vorhaben. Er meinte, wir sollten zusammen ein Filmprojekt planen und wir wollten uns auf jeden Fall wieder für weitere gemeinsame Bühnenauftritte auf Literaturfestivals engagieren lassen. Auf einem der Bühnenfotos, die während des Festivals Bloody Scotland von uns entstanden, ist zu sehen, wie wir uns vor Lachen biegen. An den Grund kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber sein Augenzwinkern war immer da, ließ seine scharfe Intelligenz durchscheinen. Eine Intelligenz, die so viele wunderbare, tiefgründige Romane hervorbrachte. Romane, die ebenso von Humor und Menschlichkeit durchdrungen sind wie von einer existenziellen Angst und dem lähmenden Gefühl, dass sich Geschichte selbst in ihren schlimmsten Ausprägungen sehr häufig wiederholt. Wir alle leben noch immer in einem Unnatural History Museum. Ich bin unendlich dankbar, dass Philip Kerr für viele von uns der kenntnisreiche Fremdenführer durch dessen dunkle, labyrinthische Räume und Korridore war. Ian Rankin, 2019 Prolog Wie für jeden, der die Bibel gelesen hat, war Babylon für mich der Inbegriff einer Stadt der Verderbtheit und aller nur denkbaren Abgründe auf der Welt. Und wie jedem, der während der Weimarer Republik in Berlin lebte, war mir ebenfalls der Vergleich bekannt, der häufig zwischen den beiden Städten gezogen wurde. In der lutherischen Nikolai-Kirche Berlins, in die ich als kleiner Junge mit meinen Eltern ging, schien unser rotgesichtiger, lauter Pastor Dr. Rotpfad so vertraut mit Babylon und dessen Topografie zu sein, dass ich glaubte, er müsse mal dort gelebt haben. Was meine Faszination für den Ort nur befeuerte und mich veranlasste, den Begriff im Konversationslexikon nachzuschlagen, das bei uns zu Hause im Bücherschrank ein ganzes Regalbrett füllte. Aber das Lexikon war nicht sonderlich aufschlussreich, was die Abgründe betraf. Und obwohl es in Berlin an Huren und liederlichen Frauen und Sünden wahrhaftig nicht mangelte, glaube ich kaum, dass die Stadt schlimmer war als irgendeine andere Metropole, wie beispielsweise London, New York oder Shanghai. Bernhard Weiß sagte mir, der Vergleich sei schon immer blanker Unsinn gewesen, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Er glaubte nicht an das Böse und wies mich darauf hin, dass es gegen das Böse nirgendwo Gesetze gab, nicht mal in England, wo es gegen nahezu alles Gesetze gab. Im Mai 1928 war das berühmte Ischta-Tor, das nördliche Stadttor Babylons, im Berliner Pergamon-Museum noch nicht rekonstruiert worden, weshalb der Ruf der preußischen Hauptstadt als der sündhafteste Ort der Welt von den städtischen Moralwächtern noch deutlich betont werden musste, was bedeutete, dass es durchaus noch Anlass verzweifelt gab. Vielleicht waren wir einfach ehrlicher, was unsere Verderbtheit anging, und toleranter gegenüber den Lastern anderer Menschen. Und ich sollte das wissen. Denn 1928 war ich im Sittendezernat des Polizeipräsidiums am Berliner Alexanderplatz beruflich mit der Lasterhaftigkeit in all ihren endlosen Abwandlungen betraut. Als Kriminalist, dank Weiß ein neues Wort für uns Polizisten, verstand ich vom Thema Lasterhaftigkeit fast genauso viel wie von Gilles Durre. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, mit den unzähligen Toten und der gleich darauf folgenden Grippe, die wie eine alttestamentarische Plage Millionen von Opfern gefordert hatte, schien es nicht mehr so wichtig, was Leute sich in die Nase zogen oder was sie so trieben, wenn sie sich in ihren dunklen Biedermeier-Schlafzimmern entkleideten. Und nicht nur in ihren Schlafzimmern. In Sommernächten ging es im Tiergarten manchmal zu wie in einem Freiluftbordell. So viele Huren kopulierten mit ihren Freiern im Gras. Ich schätze, es ist eigentlich kein Wunder, dass die Deutschen nach einem Krieg, in dem so viele von ihnen gezwungen waren, für ihr Vaterland zu töten, jetzt lieber vögelten. Nach allem, was davor geschehen war und allem, was danach kam, ist es schwierig, richtig und angemessen über Berlin zu sprechen. In vielerlei Hinsicht war es nie ein angenehmer Ort. Und mitunter war es ein grotesker, hässlicher Ort. Im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß, zu dreckig, zu verqualmt, zu übelriechend, zu laut und natürlich furchtbar überbevölkert wie Babel, was ein anderer Name für Babylon ist. Sämtliche öffentlichen Gebäude der Stadt waren zum Ruhme eines deutschen Reiches errichtet worden, das kaum je existiert hatte. Und genau wie die schlimmsten Elendsviertel und Mietskasernen der Stadt gaben sie praktisch jedem, der sie sah, das Gefühl, entmenscht und unbedeutend zu sein. Nicht, dass ich hier einer groß Gedanken machte über die Bewohner Berlins, seine Herrscher ganz bestimmt nicht, denn sie waren nicht besonders umgänglich oder freundlich oder kultiviert. Viele von ihnen waren dumm, träge, stumpfsinnig und unglaublich vulgär. Und alle waren sie grausam und aggressiv. Brutale Morde waren an der Tagesordnung. Meistens waren die Täter betrunkene Männer, die aus der Kneipe nach Hause kamen und ihre Frauen erwürgten, weil sie im Bier und Schnapsrausch nicht mehr wussten, was sie taten. Aber dann gab es auch noch Typen wie Fritz Haarmann oder Karl Denke, diese absonderlichen, gottlosen Deutschen, die anscheinend aus reiner Lust am Töten mordeten. Selbst das war irgendwie nicht mehr überraschend. Im Deutschland der Weimarer Republik herrschte mitunter eine Gleichgültigkeit gegenüber plötzlichen Todesfällen und menschlichem Leid, die auch ein zwangsläufiges Vermächtnis des Ersten Weltkriegs war. Mit unseren zwei Millionen...